. Er ist sehr aktiv in dieser Startphase. Tristan Scherwey. Tor! Fabrice Herzog aus heiterem Himmel hat es eingeschlagen. Also das war nicht mal eine gute Abschlussmöglichkeit. Tor Nummer 4 in diesen Playoffs für den Mann mit der Nummer 61. Viel Platz jetzt für die Lions. Aufgepasst, die Chance, das Tor! Fabrice Herzog, Doppeltorschütze. 19. Spielminute. Da müssen sich die Berner an der eigenen Nase nehmen. Das geht gar nicht. Klein mit dem öffnenden Zuspiel. Noch eine Minute auf der Uhr. Unter Sander. Noch kein Abschluss! Und da ist der Anschlusstreffer! So wie es aussieht, Erik Blum mit dem ersten Tor für den STB am heutigen Abend. Und damit ist die Spannung zurück im Hallenstadion. 60. Spielminute. Jetzt macht er sich bereits auf zur Bank. Sie sehen, Cennoni ist weg! Und was für ein Fehlzuspiel! Unfassbar! Herzog mit einem Hattrick! Ein Empty-Netter entscheidet diese Partie. Aber was hat's? Geto, hast da nur gedacht! Du meine Güte! AbonnierenOW.